Mit EDIUS 11 haben wir ja ein neues Titelprogramm WIS-Title dazu bekommen und dazu gab es jetzt ein Update, das 3.54. Was sich genau dahinter verbirgt und wo die neuen Funktionen stecken, schauen wir uns nach dem Intro an. Mein Name ist Robert und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Wie ich schon erwähnt habe, es geht heute um das Update WIS-Title 3.5 und wie wir sehen, ich habe jetzt hier ein Titelobjekt. Da ist auch schon die erste Neuerung drin. Ich mache mal das Titelobjekt auf, dann macht es so ein kleines Fenster auf. Im Normalfall ist es glaube ich sogar noch kleiner. Ich mache mal das Ganze größer und ich habe jetzt hier meine einzelnen Textpassagen. Wenn ich jetzt eine von diesen Textpassagen anklicke und wähle mir hier eine Vorlage aus, zum Beispiel die hier mit der blauen Schrift, mache einen Doppelklick drauf. Jetzt hat die Textpassage die Farbe bekommen. Allerdings sind auch alle anderen Textpassagen dementsprechend angepasst. Aber es gibt eine Neuerung. Es kann ja möglich sein, zum Beispiel, dass man sich die ein oder andere Textpassage andersfarbig darstellen möchte. Und dazu drücken wir einfach die Steuerungstaste und halten sie und wählen dann die Textpassagen aus, die geändert werden sollen. Und ich halte sie immer noch gedrückt und jetzt will ich mir zum Beispiel hier die rote Farbe ausmachen, Doppelklick drauf. Und jetzt haben nur diese vier markierten, haben die Farbe und die anderen sind immer noch blau. Das ist die eine Hauptneuerung im Titler, die vielleicht dem einen oder anderen mit Sicherheit eine Hilfe ist und man so nicht alle Titel überschreibt, sondern nur die markierten. Wir kommen jetzt zur nächsten Neuerung. Und zwar, da geht es darum, dass wir in Riss Title können wir ja ein Video oder eine Animation als Video ausgeben. Nicht als einzelner Textbaustein in dem Sinne, dass wir das als Vorlage abspeichern, sondern direkt als Video können wir das ausgeben. Und da sind jetzt zwei Grass Valley Codecs hinzugekommen. Zeige euch das mal. Ich nehme jetzt mal hier eine Bauchbinde und wir schauen uns die an. Die kommt jetzt so rein, ist transparent mit dem Hintergrund. Wir sehen es ja wie beim Video. Und ich mache die jetzt auf, gehe in den großen Titler rein von Wiss Title, setze hier einen In- und Out-Punkt. Das geht auch mit den Tasten I und O. Und jetzt gehe ich auf Datei und gehe hier runter auf aktuelle Layout-Animationen exportieren. Hier klicke ich rein, dann mache dieses kleine Fenster auf. Hier kann ich noch ein paar Einstellungen machen, aber die Neuerung liegt hier unter dem Codec. Hier steht jetzt Wiss Title Movie Codec und hier kann ich aufklicken und dann kommen hier zwei Grass Valley Codec. Ich nehme jetzt den HQX AVI Codec, dann kann ich mir noch einen Ort auswählen, wo das hin soll. Ich sage jetzt mal hier zu Downloads, schreibe rein Test und sage Speichern. Und jetzt kann ich hier auf dieser gelben Kamera draufdrücken und jetzt wird das Ganze exportiert als Video mit transparentem Hintergrund. Ich kann das alles hier schließen, das brauche ich alles nicht mehr. Ich kann jetzt hier die Vorlage rauslöschen und hole mir mein Video, was ich exportiert habe. Und wir sehen, das wird jetzt hier transparent angezeigt und ich habe das als Videovorlage und kann es auch in anderen Videos verwenden. Wir kommen jetzt zur größten Neuerung und zwar, dass wir zwei neue Rubriken in die Wiss Title Bibliothek hinzugefügt bekommen haben. Das eine nennt sich Callouts. Hier haben wir so Anheftungen, die animiert sind, die wir dann mit dem Layouter auch noch tracken können und dann können wir die an ein Objekt anheften. Und dann haben wir noch die Lower Asserts, das sind so Texteinblendungen, also Bauchbinden und dergleichen. Ich bleibe jetzt gleich mal hier bei dem Bauchbinden. Wenn ich die jetzt hier aufklicke, dann haben wir nichts anderes, wie dass wir hier den Text gleich ändern können. Allerdings muss ich eins dazugeben. Die Dinger sind hier teilweise auf fünf Sekunden Länge festgelegt. Wir können die hier, so wie ich es auch in meinem Crashkurs erklärt habe, verlängern. Allerdings müssen wir da immer dran denken, wenn ich jetzt hier in den großen Titler reinkomme, dass es hier Gruppen sind, also Gruppierungen sind. Wenn ich die hier aufklicke, dann zeige ich euch das mal. Dann sehen wir hier bei dem Text eine Einblendung. So lang ist die Einblendung und hier hinten ist die Ausblendung. Wenn wir jetzt die Gruppe ganz normal hier länger ziehen, dann sehen wir, dann wird auch die Einblendung länger. Und das will man ja meistens nicht, weil dann schlafen einem ja die Füße ein, bis das Ding mal eingeblendet ist. Und dann müssten wir diese Einblendungen alle manuell noch bearbeiten und wieder zurücksetzen, also kürzer machen, damit das Ganze geschmeidig aussieht. Das würde ich nur Leuten empfehlen, die sich meinen Crashkurs angeschaut haben und sich da einfach mal hintrauen würden. Ansonsten würde ich das eher jetzt nicht empfehlen. Was man aber hier machen kann, ist, wir müssen schauen, ob hier Schlösser gehakt sind, denn dann können wir die einzeln hier alle anklicken. Wir haben jetzt hier den Text. Wenn ich den jetzt zum Beispiel ändere hier auf rosa, dann macht hier der ganze Text das rosa. Und der eine oder andere wird sich fragen, wieso war jetzt der zweifarbig, wenn es nur ein Text ist. Ganz einfach, ich kann hier reinklicken und kann den hinteren Teil zum Beispiel markieren und kann jetzt hier sagen gelb. Und schon habe ich hier zwei Farben. Dasselbe geht auch beim anderen Text. Dann habe ich auch noch hier den Hintergrund. Wir sehen das hier Bottom. Da kann ich jetzt auch hier die Farbe ändern. Klick auf den anderen, mach das grün und ich kann auch hier den Hintergrund ändern. Ich mach das mal rot. Das schaut jetzt alles nicht schön aus. Es geht nur darum, dass ihr versteht, wo ihr das dann ändern könnt. Und dann speichern wir das Ganze ab mit automatisch speichern alles. Und schon ist diese Animation jetzt individuell angepasst. Schaut nicht schön aus, aber so ist sie halt jetzt hinterlegt mit den Farben. Und so können wir das Ganze bearbeiten. Dann gibt es auch noch die Callouts. Da holen wir jetzt auch mal einen. Und wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann haben wir hier ein großes Problem. Der ist natürlich viel zu groß. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich möchte das jetzt hier auf diese Boje setzen und tracken, dann habe ich ein Problem, wenn ich jetzt hier in den Layouter gehe und würde das jetzt hier hinziehen, dann ist der ganze Text im Außenbereich. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, die ich euch empfehle, macht das Objekt hier gleich kleiner und schaut, ob es dann passt. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass der Text nicht zu klein wird, dass man das dann vielleicht überhaupt nicht mehr sehen kann. Ansonsten ist die Alternative, dass wir uns eine andere Vorlage nehmen, wo dieser Wimpel hier in die andere Richtung geht. Ich lasse es jetzt aber einfach mal so. Zentriere es wieder in die Mitte. Gehe auf Tracking. Schalte hier um auf Verfolgungsmodus und ziehe mir das Ganze jetzt hier auf diese Boje. Mach das Fenster hier auch noch kleiner. Und lasse es jetzt einfach mal bis zum Ende tracken. Und dann von diesen Keyframes bis zum Anfang. Und jetzt gehe ich auf Umwandeln und bevor ich jetzt mir das Ganze dorthin schiebe, wo ich es haben will, gehe ich mal mit dem Cursor ein Stückchen weiter, dass die ganze Sache hier zu sehen ist. Wichtig ist jetzt aber, dass ich die Position hier, die Keyframes deaktiviere. Sonst, wenn ich das jetzt hier verschieben würde, würde sich hier an dieser Stelle ein Keyframe setzen, was ich nicht will. Und dann setze ich mir das hier drauf, kann das Ganze mit OK bestätigen und somit wäre jetzt das schon mal angepasst, genau an die Stelle, wo ich es haben möchte. Und ich möchte das Ganze jetzt individuell anpassen. Dazu gehe ich jetzt auch wieder hier in den Titler. Hier kann ich jetzt wieder meine Schriftart und den Text ändern. Ich möchte aber die Farben ändern. Und auch hier sehen wir, hier sind jetzt mehrere Gruppen gebildet. Die kann ich alle hier aufmachen, die Gruppen. Natürlich jetzt ein bisschen Größeres. Und ich kann auch die ganzen Gruppen hier aufschalten. Alle, die hier ein Schloss haben, kann ich hier öffnen. Und wir sehen jetzt, hier habe ich jetzt die Linie. Wenn ich hier hinklicke, das sind diese Außenlinien. Die kann ich jetzt alle hier einzeln in der Farbe verändern. Ich nehme jetzt mal hier so ein Rosa und die nächste Linie mache ich gelb. Das schaut jetzt nicht schön aus. Es geht nur darum, dass ihr seht, ihr könnt die einzeln anpassen. Und habe jetzt die ganze Animation farblich so angepasst, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich allerdings, wie schon auch bei den Lower Serts, hier eine Gruppe anklicke und jetzt hier die Farbe wähle, dann sehen wir, dann sind hier alle Punkte hier farblich abgeändert. Wenn ich auf die nächste Gruppe hochgehe und die auch anklick, dann sind die anderen mit einbezogen. Ich mache das alles rosa, dann sind hier alle drei Striche rosa. Also da muss man wieder daran denken, wenn man hier auf die Gruppen klickt. Das ist jetzt die ganze Gruppe. Das bedeutet, wenn ich jetzt drauf klicke, dann kriegt alles die grüne Farbe, also die Punkte und die Striche. Also wie schon gesagt, da muss man ein bisschen Acht geben. Ansonsten ist es so, die einfachste Erklärung, wie man das Ganze individuell anpassen kann. Auch hier kann ich die Striche einzeln anpassen, wenn ich hier auf so einen Strich raufgehe und ich gehe hier vorne rein, dann kann ich hier den Strich auch dicker machen. Je nachdem, wie ich mir das vorstelle. Dann kann ich das Ganze wieder speichern, automatisch alles. Und dann sehen wir das, das ist jetzt natürlich sehr fitzelig klein hier. Da müsste man dann wahrscheinlich eine andere Vorlage nehmen. Aber ihr seht, wie man das Ganze bearbeiten kann. Und das war es jetzt eigentlich schon mit den letzten Neuerungen hier in Misttitle 3.54. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Robert.